Wir beginnen unsere Tour am Kolosseum, dem mächtigsten Bauwerk des antiken Rom. Unter der eingestürzten Arena die Gänge und Gewölbe der Gladiatoren. Und ein Kreuz für die christlichen Märtyrer. Von der oberen Galerie ein Blick auf die Via Sacra und den Palast von Kaiser Nero. Der Konstantinbogen. Noch ein Blick aufs Kolosseum. Und über die Via Sacra geht es zum Forum Romanum. Ein kleiner Tempel, fast wie neu. Und kolossale Ruinen des alten Zentrums des römischen Weltreichs. Wie ein Stadion. Die Reste des antiken Gerichtsgebäudes. Auf dem Palatin, den Hügeln von Rom. Eine Pyramide als Grabmal eines Volkstribun.